hallo meine freunde dinosaurier rennen und willkommen zurück zur let's play lego jurassic world mit dem land 16 und dem rennen grüßen wunderbar ja genau falls ich mich beim rennen verletzen sollte dann brauche ich auf jeden fall einen medi der wird heute gegrüßt und wenn du wirst auch gegrüßt einen medi-druin m medi-druin abendet wir könnten lesen wer kann färten lesen kann er färten lesen da war es was er kann werden hallo so auch noch bananen mehr ich habe eine banane muss zu suchen geht beides geht beides und ich habe gefunden ein fotostandpunkt warum auch nicht ja ich muss nur ein Foto machen nicht ihm sondern wenn ich hier schon mal bin Foto Foto er kann Foto schießen weil er irgendein der Seil hat hehehe ooo was ist das wir haben die Hälfte schon naja nicht nochmal ja ja ich hab X gedrückt aber da gibt es auf jeder Insel eine so eine Verfolgungsjagd oder? wahrscheinlich wahrscheinlich so wie komme ich jetzt da rein das ist die Frage da hinten ist noch ein roter Stang aber es ist echt es geht schneller wenn man sich aufsteigt wenn man doppelt so viel schafft wo ist sie kleiner Pinkel ich bleib die banane da wenn ich hier auf expeditionsreise gehe nein bei der banane nein 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 das ist aber zum Beispiel jetzt die sexy aber die kann man bestimmt irgendwo nochmal anschauen die Fotos oh mein Gott guck dir das an witzig witzig ich kam nicht mehr in die Chirosphäre rein deswegen witzig plötzlich bin ich dann mit ihr nach oben geflogen ah na gut zumindest weiß ich wo ich den Rest hier finde von dem Schrott nein 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 du musst die Banane wieder nehmen ach nein aha ich verzweifle oh schießt es auf mich nein Gott sei Dank hm ah kommst du mit dem Velociraptor rein oder ne der T-Rex this is T-Rex this is T-Rex this is T-Rex this is T-Rex das Ding auch wieder unten gelandet ja gut jetzt bräuchte ich nur noch eine Plattform zum Spawner da ist noch mehr für den T-Rex sogar also ich schätze mal im Gehege vom Indominus Rex dürfte schon eine Plattform sein jawoll da ist einer kannst du die ja kannst du benutzen kannst du schon zusammenbauen jawoll roter Stein ich komme ja ich bin hier auch schon der Jagd mit dem roten Stein so ich werde noch einen roten Stein holen wow es gibt zwei verschiedene hm ah ja es gibt einen der ich glaube der eine kann die Bernstein-Sache nicht kaputt machen der normale echt was nein echt ja ich muss mich direkt mal angucken ich glaube der 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 nicht so ja tatsächlich oh mein Gott ja genau ja und den habe ich genau gespawnt weil er so geil aus sah er so anders also und ich komme nicht rein weil ich ein Dinosaurier bin willst du mich verarschen oh kacke so einmal zusammenbauen bitte danke aber was wollte ich jetzt eigentlich machen ich wollte einen roten Stein ach genau da brauchte ich ihn ach ne das ist eine kleine Plattform oder das war alles umsonst gerade meine Arbeit wieso wieso bin ich jetzt hier ja weil du schon immer mal ein kleiner glücklicher Saurier sein wolltest ach ich hasse es du hast den Charakter einfach die falschen nein ich habe einfach nur Dreieck gedrückt und dann war ich schon da schade 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 er ist da oben gefangen nein ich sehe schon wieder ein Ventiloversorgung ein einen der dorten Stein aber nicht der rote Stein der nicht eigentlich gesucht habe oder krass mein T-Rex ist noch da so jetzt muss ich es nur irgendwie schaffen da oben das ist doch das war der Rotter Stein verdammt er kann schießen er kann schießen kann er das da oben abschießen nein kann er nicht dafür braucht er nein 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 du wirst du den Menschenwechsel, genau ja und dann sparen wir uns mal einen richtig dicken Saurier wieder mal einen richtigen brachialen brachiosaurus ja der Name ist Programm er ist einfach so riesig das wie ich und so langsam langsam aber naja ach komm jetzt kack nicht so rum da ist nichts im Weg weg ihr da Saurier na toll jetzt hab ich mir mit allen Sauriern verscherzt oh T-Rex kann wir nie was anderes haben oder der T-Rex ne 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 wenn ich die Scheißkamera nicht kaputt schießen? Nein, kann ich nicht. Ich probier's jetzt mal mit meinem... Hör mal das Ding da einzuwerden und fällt. Irgendwas. Das wollte ich auch machen. Ja, davor probiere ich noch was anderes. Den der Typen da hinten aus und nicht befreien wollen? Ähm, den hab ich nicht gesehen. Das ist ne Kuh. Ach, ja, Kuh. Das kann ich mit der Kuh machen. Ach, Stemmeisen. Und der Stemmeisen hat natürlich gerade keiner dabei. Schade auch. Schade auch, schade auch. Das ist immer irgendwie die Faker, die man braucht, nie eine dabei ist. Hier haben wir das gleiche. Hey, wir haben eine freie Kuh. Die kannst du reiten. Vielleicht kannst du mit der Kuh das aufmachen, ey. Ah, mit der Kuh kannst du aber das Ding einrennen. Welches Ding? Die Baum. Die Baum? Den Baum. Was für ein Schmarrn, was für ein Schmarrn erzählst du? Ja, das hätte ja sein können, weil das Viech so ein... Mit einer Kuh ein Baum einrennen. Ja, was hat denn das Viech? Gar nichts. Das kann gar nichts. Aber es ist eh ein Stier. Aber es ist klein genug, um da reinzukommen. Oh! 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 Konzentriere dich nur mal auf diese Kuh hier. Die läuft aber gleich weg. Ich bin auch bei dir, falls er nicht, die ich irgendwie mental unterstützen kann. Ich probier's nochmal was anderes, mittelgroßigen Saure und zwar mein eigener Tricera-Tops mit T-Rex-Kopf. Das ist so genial gewesen, das zu bauen. So genial. Und es geht so, verdammt. Man kann sich ja, was man, mein Fahrzeug in die Tür reinstellen oder? Ich glaub, das ist nicht der Sinn der Sache. So, jetzt muss ich aber erstmal einen gescheiten Tricera-Tops oder du? Nee, ich wollte eigentlich gerade einen anderen. Brachiosaurus. Aber der Brachiosaurus ist gesperrt. Warum? Weil der wahrscheinlich schon an anderer Stelle gerade unterwegs ist. Ah, okay. Deswegen kann ich den nicht auch noch bauen. Aber hier ist ein Rennen, da mach ich das Rennen. Wollte ich den T-Rex? Nein, ich wollte nicht den T-Rex. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein Tränke wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich gar nicht den T-Rex. Ich wollte eigentlich... Wie? Eigentlich wollte ich den ganz normalen Tricera-Tops. Da kannst du nämlich das Zeug hier einrennen. Dann kriegst du immer den Golden Stein noch. Nicht diesen Tricera-Tops. Diesen. Wo ist der Sarri, den ich haben wollte? 1, 2, 4. Und... Brennan! Run! 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 Oh, da geht's in das Gehege. Ah, wir sind im Gehege gerade schon drin, oder? Ja. Wuh! Ich hab mal grad eben was geholt. Einmal durchs Gehege. Wohnt sich die Tour? Weiß ich nicht. Ich mach hier gerade ein Rennen. Ich hab hier keine Wahl. Ich muss die Tour machen. Was ist nicht da oben drauf? Nicht mehr. Aber ich bin guter Dinge. Jawoll! Das war zu abwechselnd mal zum Ende nicht zeitlich knapp. 130 haben wir jetzt schon. Krass. Kommen wir schon ordentlich voran eigentlich. Bei der Suche nach den goldenen Steinen. Ja, ja. Aber mich interessiert, wie kommt man hier rein? Wo waren das kommende Tor? Ah, ganz wann das? Ganz wann das? Wieder reingehen. Wieder reingehen? Okay. Ja. Also wenn du das Tor meinst, das ich meine. Also wenn ich da verstehe. Ja, das meine ich. Ja, ich muss einfach den roten Stein folgen eigentlich. Ja. Wie können wir das? Schauen wir mal, wie wir das Tor überlisten können. Ah, das Tor meinst du, gell? Ja. Sobald dann ein Dinosaurier in die Nähe kommt. Macht's zu. Ähm. Alter! Geh da weg! Herrlich jetzt! Können wir irgendwie die Technik an der Seite ausschalten oder so? Ja. Gibt's halt die Technik. Keine. Oder wir können später, der kann sich vielleicht tarnen, der... Idominus Rex. Idominus. Oh mein Gott. Das kann ich mir vorstellen, dass es damit funktioniert. Natürlich. Weil der könnte nämlich dann auch das Ding... Der folgt dir. Der wäre jetzt beinahe reingekommen durft. Ach, der will. Komm. Komm, komm her. Komm her. Nein. Aber vielleicht kann das nicht schnell genug zugehen, die Tür. Nee, der ist programmiert. Der will dann nicht reinlaufen. Siehste. Ah. Close one. Schön. Ja! Ich bin so ein Cheater. Oh mein Gott. Wir brauchen aber einen T-Rex. Ja, aber das du schaffst auch mit dem T-Rex. Wobei, deiner kann doch brüllen, oder? Ah ne, das ist nicht deiner. Nee, das ist nicht meiner. Aber das kriegen wir hin. Wir trollen das Ding. Oh mein Gott. Wir parken einfach in der Mitte hier, dann kannst du... Ja, dann kannst du zumachen, soviel du willst. Aber es funktioniert. Man kann's... Wir können's überlisten. Mechaniken. Wir müssen schauen, dass der uns jetzt auch hinterherläuft. Aber wenn ich ihn gebaut hab, dann sollte er mir hinterherlaufen, oder? Also schnell konnte ihr das Tor nicht zugehen. So, probieren wir's mal aus, ob wir's schaffen. Ob wir hier rum schaffen zu glitschen. Ist schon ziemlich erbärmlich eigentlich, aber... Braucht ihn ja nur direkt davor eigentlich. So. Du musst aufpassen, dass du nicht zum T-Rex wechselst, ne? Ja. Ach, der kommt gleich ganz mit rein. Okay, warte. Dann werde ich zum... Nein, das ist vielleicht gar nicht gut. Nee, zum T-Rex wechseln. Vielleicht werde ich schnell zum T-Rex? Nee. Warte mal, wir können direkt zum T-Rex wechseln. Nee, kann ich nicht. Nee, kannst du nicht. Kannst du gar nicht. Dann kann ich grad nicht zum T-Rex wechseln. Ich bin mal kurz der Triceratops. Ich bin mal kurz drin. Das ist so gut. Der Glitcher aller Glitcher, wenn ich... So. Mach mal hier auf, bitte. Ja, bin auf dem Blick. Oh mein Gott. Wir haben die Kamera über List. Oh mein Gott. Wir sind zu schlau für das Spiel. Oh. Sehr schön. So. Und weh, der hat nichts gutes drin. Die spawnen doch endlich. Danke. Hätte er nicht gedacht, dass es funktioniert. Der hat echt nicht gedacht. Na, es ist nicht mehr ne Kid Finder. Das ist der mal 10. Das ist gut, aber wir haben noch nicht das Geld dafür. Noch nicht ganz. Nicht mal annähernd. Oh, da ist ein Geld nach Stein. Ah, das war ja alle Dinger kaputt gemacht, wahrscheinlich. Sehr gut. Haben wir hier geklärt, ne? Sonst sind wir hier erstmal fertig. Wer braucht schon den Indominus? Wer braucht schon den Indominus? Wer braucht schon den Indominus? Ja, Brachio brauchst du nicht, ne? 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 Ob wir ihn nicht hier bauen können mittlerweile. Brachio, ja. Vorhin ging's dir leider nicht, weil er irgendwo anders noch unterwegs war. Er ist immer noch so. Ne, ich glaub du brauchst hier einfach einen anderen großen. Ich glaub der Brachio ist zu groß für das Gehege. Guck dir das doch mal an, der Brachio passt doch hier nicht rein. Ja, okay, gut, der kann sein. Warte mal, ich guck mir, was kann der noch? Der kann sonst, ah, der kann auch auf den Boden stampfen. Schau mal mal. Wollen wir hier schon drinnen? In der Arena? Schau mal, kann er ihn kaputt stampfen? Nein, was, was, was stimmt er? Ach jo, ne, es ist... In der Voliere konntest du auch nichts machen, oder? In der Voliere konntest du auch nichts machen, oder? In der was? In der Voliere, da, Vogelding. In der Voliere? Äh, ne, der konnte ich nicht, der braucht mal einen größeren. Ah, okay. Da kann man noch lang gehen, also da geh ich noch lang. Da war er? Was? Ah, das war der, wohin die Versorgung brauchte. Wenn du raus aus dem Menü gehst, dann kann ich mich sogar bewegen. Äh, kann ich sogar wieder wechseln. So. Dann würde ich mich nämlich aufmachen, den letzten Kartenpunkt zu finden auf der Insel. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Wenn es der letzte ist. Aber ich schätze schon. Auf der Kuh. Wählt er wieder die mühsame Variante. Äh, bäh, bäh, bäh. Schöne Zeitung an der Wand. Ja. Schreck möglicherweise. Den hattest du schon? Den hatte ich schon. Sonst hättest du gar nicht hierher reisen können. Okay. Du bist doch hierher gereist. Ne, ich bin einfach zu dir gekommen. Ach so. Kein Zufall. Nope. Dich kaufen wir nicht. Hey, mein Viech ist weg. Frechheit. Äh, wo ist mein Rennviech? Wo ist der Informationsstand? Es gibt nicht schnelleres als... Doch. Es gibt wahrscheinlich schon mal schnelleres, aber der hier ist schon ordentlich schnell. Mhm. Wo ist der Informationsstand? Hier ist auch ein Rennen, was du uns machen willst. Hm, ich glaub' doch noch in die Richtung. Okay, da ist der Informationsstand. Sehr geil. So. Jetzt haben wir den hier auch. Da haben wir noch ein Rennen, da haben wir noch goldene Steine. Arbeit... Das ist der Rennen war innen, oder? Was? War das Rennen in der Barriere hier? Hier ist auch noch Infopoint, aber den hast du schon bei der Barriere. Den hab ich schon. Du läufst grad in die andere Richtung als ich. Ja. Ja. Wollt ihr schauen, ob es auf der Seite vielleicht noch etwas Interessantes zu entdecken gibt? Hätte ja sein können. Nein, ich will dich nicht kaufen. Geh weg, ich will dein Auto. Du willst ihn ja auch. Ich will dein Auto. Ich will die nicht kaufen. Hat man die Dino ja auch noch nicht gerettet, oder? Du musst irgendwo Dino in Gefahr sein. Verzieh dich. Ich will dich nicht kaufen. Ich will dein Auto. Warum hast du dem Dino nicht geholfen? Weißt du, weil ich dran vorbeigegangen bin? Warum? Weil ich den Infopoint gesucht hab. So, so. Weil ich keine Zeit hab, weil ich rote Steine suche. Ah, ich brauch Barry Dune. Da. Ich suche rote Steine. Was machst du? Ich wollte dem Dino jetzt helfen, aber das ging grad nicht, weil ich keine Waffe hatte. Ah. So. Banane ist gefunden. Was braucht denn unser Dino-Freund sonst noch? Pilz braucht unser Dino-Freund sonst noch? Sonst noch? Pilz und Blatt. Hm. Stinky, Stinky. Da braucht man die gute Ellie. Ach, die haben wir sogar hier. Ah, die kommt man da jetzt hoch. Ah, ganz... Ah. Licht brauchst du da. Okay. 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 No problem. So, und wo ist der Pilz? Der Pilz ist bestimmt wieder in dem Ding von dem Dino-Vorsaurus. So, naja. Natürlich. Äh. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Doch, glaubst du schon. Wir brauchen eigentlich nur den Minikit-Finder. Dann können wir direkt rein in alle freie Spiele gehen. Ja, und den kriegen wir natürlich schon mit Diffus aus. Ich werde das einfach. Bis jetzt haben wir noch keinen Diffus aus für Roten Stern gebraucht, oder? Hm. Kann schon mal passieren. Doch, ich brauch da einen vorhin. Hier dürfte irgendwo noch ein Infopoint sein, da hab ich dann... Habe ich ein Gefühl dafür, schätze ich mal. Hat er eben Urin? Nein, das ist bloß eine... Mission. Nee, bin mir ziemlich sicher aus der. Ja, okay, dann gibt's hier keinen Infopoint. Dann gibt's hier halt keinen Infopoint. Die Dinger mit Dino-Vorsaurus musst du nicht machen, die wäre schon gemacht da. Hm. Und da hinten, da oben ist der Steinbild für den. Ah, da, ja. Genau. Den wir nicht kriegen können. Okay. Hier ist auch noch irgendwo einer, aber den hast du schon, oder? Dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Hier haben wir noch einen Ort, in den wir hingehen können. Deswegen mach ich mal so. Und Reise zur Westpromenade. Mach das doch. In der sich einen Rotterstein... Den Rotterstein kannst du noch nicht holen, oder? Den da hinten kannst du noch nicht holen, oder? Welchen da hinten? Also nicht, irgendwo muss da noch einer sein. Oh, zur Abwechslung kann ich mal mein Lieblingsdino hier sogar auswählen in dem Menü. Du bist nur gerade. Ich bin hier. Ja, hier. Ja, da hinten. Ich hab keine Ahnung, wohin du meinst. Ich hab's mal zu meinen, den hier aber das kommt die halt nicht mehr. Ja, aber das war der Deal für sauber. In der Arena, hast du nicht. Ich hab' den Kopf, Mann. Was ich jetzt nicht. Ich geh' nicht. Ich such' nach anderen Dingspunkten. Ja, der Rotterstein, das ist ja der, der nicht meinst in der Arena. Ja, aber ich bin nicht in der Arena. Ich bin nicht mehr in der Nähe von der Arena. Ja, nur falls du in der Rotterstein suchst, in der Arena suchst. Ich bin nicht mehr in der Gegend. Ich bin nämlich beim Gehege 9. So, so. Jetzt geh' ich zum, jetzt geh' ich zum, jetzt geh' ich zum Moses-Saurier. Nein! Ich war zu langsam. Schade. Ja, ich könnte aber auch nicht wirklich was dagegen machen. So, auf geht's zum Moses-Saurier. Es war nicht so, als hätte ich ne Chance gehabt. Okay. Ich bin beim Moses-Saurier. Ich bin beim Moses-Saurier. Ich bin beim Moses-Saurier. Ach, du bist da. Ich bin beim Moses-Saurier. Schau dir das schöne Foto an, dass er jetzt nicht schießt, weil er ... Warum eigentlich nicht? ... ... ... Also das nicht ver... ... ...wie ist das schon gemacht worden? Nein. Ähm, ok. Panik! Panik! Äh, ne, ich verbreite grad hier ein bisschen Panik mit meinem Dino. Ich dachte, es wäre angemessen. Achso, ja. Auch. Sackgasse. MosaSaurius. MosaSaurius-Era. Oh ja. Mit dem Kopf voran in die Sackgasse drauf. Ich geh' mal hier rein, ne? Oh, 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 da sind zwei rote Steine. Halt. Holy moly. Wo bist du denn, du Zehörter? Ach, du bist unten. Ich bin unten. Was ist das? Das ist, äh, okay. Knochenmäßig ist das was? Ähm, ja, ich schaue gerade, ob irgendjemand dabei ist. Der Knochen... Kann aber niemand. Schade. Kannst du auch nicht? Komm mal zu dir. Ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Ja, einfach, einfach weiter. Bis da hinten. Ist eigentlich saucool. Schade, dass die Szene nicht wieder drin ist. Gut, am Ende ist das Viech mit drin. Ah, da muss man noch was reparieren. Oh, 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 oh. Da scheint einiges zu geben. Genau, da rein musste. Gesperrt. Nein! Wie geil! Den kriegen wir auch und dann kann man da drin rumschwimmen. Oh, geil. Oh. Und was bringt das? Und die beiden Sachen sind da drin, oder? Ja. Ich, ja, ja. Ja, man wird nicht schön. Na, zumindest sind wir beide jetzt, äh, keine Musik. So, gefahren. So, kann ich jetzt Foto machen? Nein, kann ich nicht. Wie kann ich hier kein Foto machen? Es soll einfach nicht sein. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal Fotos. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Und möge Claire mit euch sein. Servus! Der Part von Lego Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die Lego Sets interessieren zu Lego Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen Lego Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinem Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!